Für die Fußballstars von morgen gibt es in Deutschland genau drei Adressen, die im Turnierkalender nicht fehlen dürfen. Zum einen in Riede, zum anderen in Obereltingen und zu guter Letzt der Allianz Cup in Dessau-Roslau. Traditionell steht das letzte Januar-Wochenende ganz im Zeichen des runden Leders. 24 Mannschaften, darunter alle Top-Teams der Fußball-Bundesliga, internationale Vertreter und die lokalen Größen, hatten ihre Fußballschuhe geschnürt, um in der Anhalts Arena das 20. Jubiläum zu feiern. Zum Geburtstag sollte eigentlich auf Kunstrasen gespielt werden. Ein bekannter Bodenspezialist hatte sattes Grün versprochen. Am Ende wurde daraus nichts. Das war schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber keiner hier in Dessau kann da was dafür und von dem Organisationsteam gleich gar nicht. Die Firma Politan hat uns ja freundlicherweise den Kunstrasen geliefert und hat den mit einem Aufbauteam aufgebaut, am Freitagnacht. Und um 3.30 Uhr wurde dann festgestellt, dass es große Probleme, technische Probleme beim Verlegen gab, also mit dem Material gab, etliche Materialschäden zu verzeichnen, Waren und dann der Rasenteppich auch nicht ausreicht, um das Spielfeld komplett abzudecken. Insofern mussten wir dann entscheiden, schmerzhafterweise, dass das alles wieder rausgeräumt wird, nachts um halb vier. Und dann wurde halt auf dem Parkett gespielt, was natürlich die 19 Jahre zuvor auch gut ging. Und es ging auch in diesem Turnier sehr gut. 92 Partien standen an zwei Spieltagen auf dem Plan. Die erste Dessauer Mannschaft auf dem Parkett, der SV Dessau 05. Die Schillerparkkicker zum 16. Mal dabei, diesmal mit einer Mischung um den Dubelsieger der F-Jugend und der erfolgreichen E-Jugend des vergangenen Jahres. Der ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisliga im KfV Anhalt steht im Pokal-Halbfinale und bekam es beim Allianz Cup in Gruppe A mit Schalke 04, RB Leipzig, Nürnberg, St. Pauli und Rotterdam zu tun. Das große Ziel der Reichen des zweiten Tages ging für den SV Dessau 05 leider nicht in Erfüllung. Einem 3 zu 0 gegen St. Pauli folgte die höchste Niederlage gegen Nürnberg, wo man sich 8 zu 0 geschlagen geben musste. Gegen Schalke 04 und Rotterdam verlor die Mannschaft von Dennis Meyer und Steven Richter je 7 zu 0. Gegen RB Leipzig gelangt zumindest das Minimalziel ein eigener Treffer. Am Ende gab es dennoch eine 3 zu 1 Niederlage. Null Punkte aus fünf Spielen reichten nur zum letzten Platz in der Tabelle. Germania 08, Roslau-Tabellen, Zweiter in der Kreisliga hinter den 05ern, trafen Gruppe B auf Wien, den HSV, 1860 und Bayern München sowie den 1. FC Magdeburg. Nach Niederlagen gegen Bayern und Hamburg verkaufen sich die Schifferstädter gegen Magdeburg achtbar, mussten sich nach acht Minuten aber dennoch 1 zu 0 geschlagen geben. Der Höhepunkt für die Germanen dann im vorletzten Spiel gegen 1860. Die Münchner waren mit 1 zu 0 in Führung gegangen, doch Roslau gelang nur kurze Zeit später der Ausgleich und damit der erste Turniertreffer. Leider war es auch der letzte. Die 60er gewannen 6 zu 1 und im letzten Spiel gegen Wien gab es ein 6 zu 0. Roslau also ebenfalls ohne Punktgewinn-Tabellenletzter und damit bereits vorzeitig ausgeschieden. Mit Grün-Weiß, Piesteritz und Tusk-Kochstedt war unsere Region in Gruppe C gleich doppelt vertreten. Diesmal würde es also mit den ersten Punktgewinn eines Lokalvertreters klappen. Die Grün-Weißen in der Kreisliga Wittenberg-Süd ohne Niederlage nach acht Spieltagen an der Tabellenspitze. Kassierten im ersten Gruppenspiel die höchste Turnier-Niederlage gegen Titelverteidiger Dortmund gab es gleich neun Tore. Gegen Hannover 96 waren es nur noch vier und gegen Kochstedt setzten sich die Wittenberger mit 1 zu 0 durch. Es folgte die Ernüchterung beim 6 zu 0 gegen Köln und das abschließende 4 zu 0 gegen Wolfsburg. Auch für Kochstedt der Allianz Cup der absolute Saisonhöhepunkt. Vor zwei Jahren gelang den Rand dessauern das schnellste Turniertor. Im letzten Jahr stellte die TUS-Auswahl den besten Regionalspieler. Doch ein Torerfolg sollte den Kochstädtern diesmal verwehrt bleiben. 29 Mal klingelte es im TUS-Kasten. Köln schenkte acht Tore ein, Wolfsburg fünf, Pisteritz wie bereits erwähnt ein Tor, Hannover sechs und Titelverteidiger Dortmund wie schon gegen Pisteritz neun. Somit reichte es auch in Gruppe C für beide regionale Mannschaften nicht zum Weiterkommen. Die Hoffnungen ruten jetzt auf dem Nachwuchs des Dessauer SV 97. Seit 14 Jahren beim Allianz Cup dabei ist allein die Tatsache gegen die großen Klubs zu spielen Ansporn genug. Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Hertha HFC und Slavia Prag die Gegner. Nach zwei Spielen hatten die Jungs von den Kienfichten bereits 14 Gegentreffer kassiert, sieben von Hertha und sieben von Frankfurt. Dafür gab es aber auch schon den ersten eigenen Treffer gegen die Eintracht. Auch gegen Slavia Prag traf der DSV und machte im regionalen Vergleich damit die meisten Turniertore. Zum Sieg sollte es aber auch hier nicht reichen. Am Ende gab es wie so oft den letzten Gruppenplatz und das Aus in der Vorrunde. Am Sonntag folgte die Finalrunde und die Endspiele im Titelkampf. RB Leipzig schaltete hier Seriensieger Dortmund aus, musste sich dann nach Verlängerung aber Hertha BSC geschlagen geben. Nürnberg besiegte St. Pauli in der Verlängerung, unterlag dann aber dem 1. FC Köln. Im Spiel um Platz 3 lieferten sich Nürnberg und Leipzig einen wahre 9-Meter-Krimi mit allem was dazugehört. Toren, Paraden und Aluminiumtreffern. Das glücklichere Ende für die Leipziger. Sie sicherten sich den dritten Tabellenplatz. Im Finale der 1. FC Köln und Hertha BSC. Kölns Turniersieg liegt bereits sieben Jahre zurück. Die Hertha konnte 2009 und 2010 gewinnen. Die Geistböcke ließen keinen Zweifel daran, wer den Pott in diesem Jahr mit nach Hause nehmen würde. Nach neun Minuten führte Köln bereits 2 zu 0, dann ging es Schlag auf Schlag. Auf das dritte Tor reagierte Hertha Post wendend, um dann im Gegenzug das vierte zu bekommen. Den Treffer zum 5 zu 1 Endstand besorgte der neue Titelträger dann sogar mit dem Kopf. Pokale gab es in diesem Jahr aber nicht nur für die Sieger. Jeder einzelne Spieler und Betreuer konnte sich über eine Erinnerung an der Jubiläumsauflage des Allianz Cup freuen. 292 Trophäen hatte das Sportamt bestellt. Erstmals wurden auch zwei All-Star-Mannschaften gewählt. Eine mit den besten Spielern des Turniers und eine mit den besten regionalen Fußball-Kids. Dann war es endlich soweit. Aus den Händen von Allianz-Generalvertreter Steffen Pietrick gab es den Pokal für die beste Mannschaft 2014, den 1. FC Köln. Ja, es macht natürlich Riesenspaß auf so ein Turnier zu fahren, auch wenn es über 5 Stunden Fahrt waren, die wir gebraucht haben, um hier hinzukommen. Es ist natürlich immer schön, auf so einem großen Turnier zu sein letztlich, dass das so toll organisiert ist mit so vielen namhaften Mannschaften. Dass man dann am Ende noch gewinnt, ist natürlich überragend. Ja, man muss eigentlich sagen, dass wir gestern einen extrem schlechten Tag hatten. Wir hatten auch kleine Schwierigkeiten mit der Mannschaft, kleine Reibereien. Und am zweiten Tag hat sich das dann schlagartig gebessert und die Mannschaft hat sich letztlich in einer Art Flow gespielt. Und da brauchte man als Trainer fast gar nichts mehr sagen. Das hat einfach die Mannschaft sehr gut umgesetzt und deswegen ein riesen Lob an die Mannschaft. Mit welchem Gefühl fährt man jetzt wieder nach Hause? Ja, mit einem Sieg am Ende ist es natürlich viel leichter, fünf Stunden zurückzufahren als mit einer Niederlage. So nimmt man das immer gerne in Kauf. So auch ein Riesenaufwand, sowohl die Kids als auch die Trainer. Das ist dann schon viel schöner so. Dann kann man sich auch über das ganze Wochenende freuen. Ich höre da hinten gerade Jubel. Wie haben denn die Kleinen das Turnier aufgenommen? Ja, ich glaube, die haben sich sehr wohl gefühlt. Die wurden sehr schön von den Gasteltern aufgenommen und gepflegt und waren ja zwei Tage bei den Gasteltern. Auch das ganze Turnier an sich hat den Spaß gemacht aufgrund der guten Organisation. Wie gesagt, sie können auch nur gut Fußball spielen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die haben gestimmt. Ich glaube, denen hat es allen einen riesen Spaß gemacht. Darf ich noch eines loswerden? Ich würde noch einmal sagen, das ist ein riesen Dank an die Eltern, die während des Turniers eine spätere Abreise organisiert haben, weil wir eigentlich unseren Zug um zehn nach drei hätten nehmen müssen. Haben jetzt nochmal extra ein Auto angemietet auf Kosten der Eltern. Mal gucken, dass wir das wahrscheinlich vom FC übernehmen können. Aber ohne die geht es einfach nicht und von daher nochmal vielen Dank an die Eltern. Ohne die könnten die Kids nicht so spielen und so auf so Turniere fahren wie in Dessau. Und daher nochmal vielen Dank. Und nochmal vielen Dank an Herrn Denkewitz, der uns heute begleitet hat als Praktikant und seine Arbeit sehr gut gemacht hat. Ja, also es war wie die 19 Jahre zuvor ein wahnsinniges Gewusel über zwei Tage hier in der Anhalt Arena. Es war ein tolles Turnier. Es hat wirklich riesig Spaß gemacht, die Kinder hier spielen zu sehen und wie teilweise in dem U11-Bereich professionell von den jungen Fußballern schon kombiniert wurde und gespielt wurde. Wahnsinnig viele Tore wie immer erzielt wurden. Und es waren qualitativ teilweise hochwertige, absolut hochwertige Spiele dabei. Und es gab auch so manche Überraschungen. Also es war ein richtig schönes Fußballturnier. Es hat, denke ich, allen viel viel Spaß gemacht. Eines hat sich nicht geändert. Es ist all die 20 Jahre konstant gut geblieben, beziehungsweise hat sich immer noch verbessert oder verändert die Schnelligkeit des Spiels. Also im Laufe der Jahre wie in der ersten in der Fußball-Bundesliga, auch hier im Turnier bei den Kleinen schon. Unheimliches Tempo-Fußball, Kombinationssicherheit, taktisch-fluges Verhalten in den Spielen. All das hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren und ist eben richtig guter Fußball. Auch als der Wachsner, der jetzt keine Bindung unbedingt hat zu diesem Jugendfußball, der ist einfach wirklich hin und weg gerissen und begeistert, wenn er diese Spiele hier in der Arena sieht. Also das hat sich über all die Jahre gehalten und immer weiter entwickelt zu einem wirklich super und sensationellen, ansehenswerten Hallenfußball.